Am 15.12. war in der Karl-Dreis-Gemeinschaftsschule in Heddesheim der letzte Präsenzschultag. Seitdem lernen fast alle 319 Schüler von zu Hause. Zehn Schüler sind aktuell in der Notbetreuung, entweder weil die Eltern außer Haus arbeiten müssen oder zu Hause die Internetverbindung zu schlecht ist. 40 Schüler lernen aktuell mit einem Light-Tablet der Schule. So versuchen die Lehrer, alle Kinder mitzunehmen. Die Kinder werden wirklich unterrichtet, das heißt sie werden nicht von ihren Eltern unterrichtet, sondern es finden Videokonferenzen auf unserer Lernplattform statt und es gibt auch Übungs- und Arbeitsstunden, wo die Kinder ihre Fragen an die Lehrkräfte stellen können, so dass die Eltern da auch nicht den maximalen Support zu Hause bieten müssen. Ein Problem ist allerdings, dass die Lehrkräfte an der Schule mit privaten Geräten arbeiten. Die Schulleiterin Christine Senger ist auch in der Lehrergewerkschaft GEW-Mitglied und sieht so einige Versäumnisse. Schulen fehle es teilweise an einer vernünftigen technischen Infrastruktur und noch mehr. Da geht es natürlich um Lüftungsanlagen. Warum ist da nichts passiert? Warum gibt es keine Plexiglasscheiben? Warum wurden nicht rechtzeitig FFP2-Masken, die zertifiziert wurden, an die Schulen geliefert? Das sind natürlich Fragen, die mich und auch meine Kollegen umtreiben. Im Homeschooling ist auch der 16 Jahre alte Elias Mörke. Er macht an der Gemeinschaftsschule dieses Frühjahr den Abschluss. Er hat jeden Tag über die Plattform Teams normalen Unterricht, nur eben am PC. Das klappt gut und doch fehlt natürlich der persönliche Kontakt zu den Lehrern. Anfang letzten Jahres, glaube ich, hatten wir auch mal diesen ersten Lockdown, wo wir auch so einen Wechselunterricht hatten. Und dort hat es eigentlich relativ gut geklappt. Wir hatten auch neben den Tischen, hatten wir immer viel Abstand und so, haben natürlich immer Hände desinfiziert, mit Masken die ganze Zeit an. Also es hat eigentlich relativ gut geklappt. Und ich könnte es mir auch vorstellen, dass das vielleicht so wieder wird, gerade für uns Abschlussklassen. Elias Schwester Luise ist in Heidelberg an der Schule und lernt mit Moodle. Da läuft es noch nicht ganz so rund. Die Schüler können sich untereinander nicht sehen. Zudem meldeten am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien rund 200 von 2000 Schulen im Land Probleme. Gründe waren laut Kultusministerium hohe Zugriffszahlen und ein Hackerangriff. Keine leichte Situation, auch für die Eltern. Sei es, was das Strukturieren des Schulalltags angeht, sei es allein irgendwelche Lösungen hochzuladen, einzuscannen, wenn es technisch nicht funktioniert. Also da ist schon, man braucht recht viel technisches Wissen, um einfach gut zu unterstützen. Und aber auch bei den Hausaufgaben, beim Bearbeiten, da ist viel Engagement gefragt. Die Opposition wirft dem Kultusministerium Tatenlosigkeit vor. Sie fordert unter anderem die Wahlfreiheit zwischen G8 und G9, mehr Mittel für Nachhilfe und auch den Einsatz von Lehramtsstudenten. Wir haben immer noch keine datenschutzrechtlich abgesicherte Bildungsplattform. Wir haben offensichtlich immer noch nicht ausreichende digitale Kapazitäten an den Schulen, bis hin übrigens auch zu Endgeräten, die bei Weitem noch nicht in dem Ausmaß vorhanden sind, dass alle Schülerinnen und Schüler, die es benötigen zu Hause, auch ein solches Gerät haben. Aber ohne das läuft kein Unterricht. Und hier muss das Land dringend nachbessern. Also ich bin da wirklich ernüchtert. In einem Pilotprojekt wird laut Kultusministerium gerade an einer neuen Lösung fürs Fernlernen gearbeitet. 40 Millionen Euro werden für die digitale Entwicklung an den Schulen bereitgestellt. Damit können aber auch Luftreiniger angeschafft werden. Die Ergänzung des Digitalpaktes zieht zudem bald Mittel für die Hardware für Lehrer vor. Tatenlos sei man in den letzten Monaten nicht gewesen, heißt es. Wir haben in technischer Hinsicht, in inhaltlicher Hinsicht, was den Rahmen für den Unterricht angeht, in inhaltlicher Hinsicht, was Fortbildungen für Lehrkräfte angeht, auf die Situation reagiert und auf die weitere Entwicklung, Angebote vollgemacht. Aber nochmal, die Entwicklung im vergangenen Jahr war eine, die immer wieder unsere neue Herausforderungen gestellt hat. Und jeder versucht an seiner Stelle diesen Herausforderungen immer wieder neu gerecht zu werden. Ich glaube, dass gerade der Start nach den Weihnachtsferien und dass so schnell dann die Anwendungen auch wieder gelaufen sind, zeigt, dass wir uns darauf gut vorbereitet haben. Die Pandemie ist eine Stresssituation über Monate hinweg. Das kann als Verstärker, als Trigger bei ohnehin schon vorhandenen Problemen wirken. Themen sind hier vor allem Motivationsprobleme oder auch Schulverweigerung. Ein weiterer Punkt sind Leistungsängste, die sich entwickeln können, gerade bei Kindern, die etwas hinten dran gekommen sind jetzt, dadurch, dass sie vielleicht in ungünstigen Situationen, schwierigen Familienverhältnissen, fehlenden oder unzulänglichen, räumlichen Möglichkeiten arbeiten müssen und merken, dass das alles jetzt für sie noch schwieriger geworden ist, dass sie aber natürlich auch den Leistungsanforderungen entsprechen wollen, gerade auch im Grundschulbereich oder auch bei den Jüngeren in den weiterführenden Schulen. Da wird ja noch viel aus persönlicher Beziehung gelernt. Kontaktaufnahme seitens der Lehrer ist hier wichtig und auch Nachhilfeangebote. Das Ministerium hat die Lehrer angewiesen, den Schülern regelmäßige Aufgaben zu stellen und diese auch zu kontrollieren. Zudem sollen sie mit entsprechender Rücksicht auf die Situation benoten. Und Ferien werden in Baden-Württemberg nach aktuellem Stand nicht gestrichen. Das sind dann die guten Nachrichten für die Schüler. Zudem soll sie mit der Lehrer werden in Baden-Württemberg nach aktuellem Stand nicht gestrichen.